Hallihallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zu einer Folge zu Among Us. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, zur heutigen Folge muss ich noch ein bisschen was hinzufügen, äh zum Intro. Weil die zwei heutigen Folgen sind ein bisschen anders. Heute habe ich nämlich mal mit Spenden die Rollen getauscht. Heißt, wir haben den Namen getauscht, Outfit getauscht und den anderen nichts davon gesagt. Und das kam auch relativ gut rüber, dass wir die Rollen getauscht haben. Also die anderen haben nichts gemerkt, außerdem Yannick, weil der wusste Bescheid, dass wir irgendwas in der Art vorhatten und hat es auch direkt gemerkt. Und was dabei jetzt rumgekommen ist, das könnt ihr einmal jetzt sehen und das könnt ihr heute Abend dann noch einmal sehen. Also ich habe zwei Folgen dazu, wo ich und Schwend die Rollen getauscht haben. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß damit. So Leute, wir haben heute eine ganz spezielle Runde für euch. Ich und Schwend haben mal die Namen getauscht. Und die anderen wissen nichts davon. Alter, war das wieder so ein Instant Holden Kill. Junge, Junge, Junge. Ich habe das gerade eben nur über den Stream gesehen. Boah, der war das. Ich nicht. Ich war es nicht, ich bin nämlich auch das. Hast du nichts gesehen, Schwend? Du hast doch reportet. Ich hätte es gesehen, ich habe mir den Hohen da gesehen. Yannick war es auf keinen Fall, der stand noch oben. Ich hätte auch noch Report drücken können. Also ich weiß, dass Light aus ist. Also ich habe wohl noch hier Shining noch kommen sehen zu mir. Aber da kam alles, nachdem ich hier schon die gleiche Reporten wollte. Also da kam ein bisschen später. Aber trotzdem hat gerade Shining gefragt, hast du nichts gesehen? Obwohl wir alle wissen, dass Light aus ist. Also ich glaube, Shining hat sich gerade selbst verraten. Nee, das kann nicht. Ich habe doch nur gesagt, ob Schwend was gesehen hat. Er hat ja reported. Das kann auch nicht. Aber wie soll das nicht? David, David, das kann nicht. Doch, das kann. Ich bin ja losgelaufen. Ich bin ja vor ihm losgelaufen, ja? Ist doch bestimmt wieder der. Schwend, ich möchte nur sagen, dass es Shining falsch ist. Ach, wird's hier gerade wieder namensketschen geben, oder was? Leute, ihr kennt mich. Ich mache nicht so einen. Ich bin der Heimliche. Er wird wieder rausgewortet. Du bist mir leidig. Hey, die haben wir jetzt Sven rausgewortet oder nicht? Ich check's nicht. Ich bin ja hier mit dem Namen. Hallo. Du bist so dumm. Also, Leute, in der Theorie lebe ich noch. Und gleichzeitig tue ich's nicht mehr. Das ist jetzt schon ein lustiges Konzept. Jetzt muss Sven reden. Sobald hier die Meetings starten. Und das kann natürlich nur lustig werden. so, jetzt hier die Wires. Wir müssen natürlich hoffen, dass ich jetzt, ja, alias Sven, nicht umgebrachte werde. Aber ich hab jetzt nicht erwartet, dass die mich direkt voten. Es tut mir leid für Sven, wenn er jetzt im Poster war. So, jetzt hole ich die Samples. Fände hier oben ne Leiche wahrscheinlich. Ich hätte natürlich warten sollen, bis irgendein anderer noch dabei ist. Gucken wir noch mal die Live-Monitore. Ja gut, äh, ist mein Poster-Leben noch, also... Wer war grad mit Blau zusammen? Also, ich kann schon mal das Callen, einer davon dürfte Yannick sein und der andere ist grade gewendet in Office. Ich glaube, es war Schwänzel. Ich bin nicht... Weil... Weil... Weil es waren zwei... Wendet in Office. Also, ich hab grade ein Wenden gesehen, aber ich hab nicht mehr... Wenn ich's denn erst mal... Jannick... Ja, Jannick ist genau... Da... Beigelaufen, also... Also, ich bin definitiv nicht gewendet. Definitiv nicht. Und Sherpa war bei uns. Franta ist nicht gewendet. Äh... Sherpa, wo warst du denn? Ich find's schön, dass ich mich nicht rausreden muss. Wie gesagt... Ich bin ja schon rausgerotet. Jannick, du hast den Wenden sehen müssen. Und ich mein... Hallo? Ich hab, wie gesagt, zwei Leute, die diese Wenden sehen. Zwei von mich haben beide Poster im Wenden sehen. Bin ich mute? Ne, jetzt höre ich nicht wieder. Also, ich war jetzt gerade über Weapons. Du weißt nicht, wie das heißt? Ich weiß nicht, wie das heißt. Über Weapons. Ich hab ja richtig, ob er im Poster macht. Communications, richtig. Ja. Ja. Okay, wo war die gleiche? Ich weiß nicht. Marsala, oder? Ich weiß nicht. Achso, ach... Es wurde nur so gut, Marsala, oder? Nee, ich hab das auch gar nicht angebekommen. Frage, was hast du? Wie viele Poster leben doch? Einer, ja. Oder? Hey, ich bin... Ich weiß nicht, wie du das denn Poster fragst. Kommt drauf an, ob Scheining richtig war oder nicht. Ja, ich weiß halt nicht, was da gerade abgeht. Wie gesagt, ich hab... 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 die Silberfläche... Ich hab... ...n año... ...nach... Können wir das natürlich nie� hist dovus... opers... Bro... Ich hab... Ra... Jake... Dass auch raus PI给 lavendermazza甜. Ich fand die Idee auf jeden Fall gut. So, Lichter sind an. Garnick ist weg. Und ich bin weiterhin Imposter. Und das ist natürlich scheiße, dass ich die Leiche gefunden habe. Okay. Leute, ich hab deine Leiche gefunden. Das ist unfassbar. Hier unten. Perfekt unten. Unten links. Ich weiß nicht, wie der Raum da heißt, aber das ist unten links in der Nähe von diesen Wasserrädern da. Genau. Da liegt die. Ne, sonst hab ich aber nix weiter gesehen. Ne, ich hab das auch in den Camps gesehen. Also die Leiche. Hast du nie was gesehen, wer das gemacht haben könnte? Ne. Gar nicht. Ich hab nur die Leiche gesehen unten und dann bin ich eingelaufen. Wir hatten zwei Leute rausgeholt. Wer war's? Dave und? Shining. Und Shining, ne? Ne, warte mal. Dave ist gestorben, oder nicht? Ne, Dave ist gestorben. Wir haben Goody rausgeholt. Goody haben rausgeholt. Also einer war ja richtig offensichtlich. Genau. Und ich hab immer fast ein Goody. Wahrscheinlich. Wer weiß. Das ist ein Typ. Nein. Und Dominik hat gesagt, er hat zwei Leute wenden sehen. Wer hast du denn noch gesehen, Yannick? Na komm, ich hab einen schon rausgeholt. Den hab ich gemacht. Na also, ne. Was ist das für ein Playstyle? Ich kann jetzt nicht alles machen. Das ist Yannick's Playstyle. Oh Mann. Shepa, was hast du gemacht? Erzähl. Jetzt grad eben. Ich bin jetzt gerade bei dem Lava-Dings. Davor war ich mit dir bei Leitz. Also mit dir, in Anführungsstrichen. Ähm. Davor. Oh Gott. Ey, so gut funktioniert mein Gehle eigentlich. Ja. Kenn ich. Pai, was hast du gemacht? Was ich gemacht hab, ich bin vor allem kopflos hin und her gelaufen. Hab ein paar Tasks gemacht. Ich hab auch nichts geachtet. Ich bin halt. Das Ding ist, wenn jemand weiß, dass zwei Leute gewendet sind. Warum wird er nicht einfach gesagt? WTF? Weil das Yannick ist. Ist das so fiech? Ich hab mir wirklich gesprochen. Nee, das muss so. Wenn die Leute kacke wenden, dann müssen die bestraft werden. Ich hab keine Ahnung, ich hab geskript. Ich hab Pai gevotet. Ich hab Pai gevotet. Ich hab nie. 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 So, wir haben noch eine zweite Impostorrunde. Äh, Impostor Crewmate Runde. Ich versuche jetzt extra nicht bei Sven rumzulaufen, der ich ist. Wäre natürlich unpraktisch, wenn ich als einer der ersten sterbe. Okay. Sven muss seine Karte hier drauflegen. Und ich muss das auf 311 pushen. So. Habe ich gemacht. Ich finde das immer noch extremst losig und ich find's auch gut, dass Sven heute hierbei mitmacht. Eigentlich hat mir das sogar als Trio vor, aber... Ja. Der dritte, der konnte leider nicht. So, kann man einen links machen? Danke. Ich hab das Gefühl, links könnte einer tot sein. Ich hab das nur so im Gefühl. Okay, ist nicht. So. Usen. Gasstation. Rein dem Mist. Und rein hier. Das war ich. Ich? Nein. 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 ich dachte wir sind freunde mittlerweile so jetzt muss ich aber auch mal dieses labarett machen auch nicht direkt das schlimmste was man haben kann mit 1000 ecken ich fände das so nice wenn Schwinn Mörder ist so von oben kommt Dave da war ich komisch das ich musste das Wasser gerade auffüllen man dass wir nur ein Imposter sagen nein würde ich würde ich nicht wenn das Wasser fast endlich voll gewesen wäre ja danke Sven war der O2 Leitz dann kanns ich schon mal nicht sein wo liegt denn die Leiche überhaupt die Leiche liegt direkt da bei Leitz also genau davor ich bin jetzt mal ganz ehrlich ich bin jetzt mal ganz ehrlich wir müssen jetzt einen rausworten Entschuldigung hat dafür wo warst du denn Hoden war das safe oder nicht durchfall nicht 100% ich denke nur dass Hoden nicht ist wie viel Prozent auch einfach 50 gerade weil Hoden einfach Fragen stellt die Hoden nicht stellt wenn er crew mit ist in meiner ja okay und ich sag mal Shining ist halt für uns alle gerade schon suspicious gewesen oder Hallo zwei Leute haben gesehen wie ich den Download gemacht habe das heißt doch gar nichts ich will das auf YouTube uploaden Moment Shining wenn du jetzt Imposter bist ich möchte das nur kurz sagen wenn du Imposter bist dann bin ich sowas von enttäuscht warum weil du mich hinterm Schrein hättest killen können ich habe mich extra hinter den Stein gestellt dass du mich killen kannst so und wenn du nicht Imposter bist wenn du Imposter bist dann bin ich einfach enttäuscht es ist Shining nein glaub ich nicht Shining hat mich auch holen können es ist scheißegal das kill ist Bruder es ist Dave ja Dave ist es wenn Dave Detektiv spielt dann ist er es warum darf man nicht mal mehr in Ruhe einen Download machen nein ich kann auch gleich erklären warum ich weiß dass es Shining ist okay du bist so Meisterdetektiv weißt du das wenn du Imposter bist dann läuft das schon wieder weg dann läuft das schon wieder weg nur weil ich mein fucking Upload mache are you serious ich schwärste du lebst noch wa hmm hat Shining grad die Idee bekommen oh guck mal ich sehe Palter macht einen Download dann mach ich doch äh Palter macht einen Ablauf dann mach ich doch eh ne einen Download ha 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 dann denkt er ich bin safe nichts in meinen Mierke ne 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 du bist doch nicht jünger Mann pass auf ich gebe dir jetzt ne Chance mehr Mierke ich kenne dich in Mierke ich kenne dich in Mierke ich weiß jetzt nicht war ich der Mörder äh ja erstmal da oben komm Yannick gelaufen ich hätte nicht gedacht dass ich noch mehr so special sein kann für die als ich es eh schon war ach komm dann Schwen links ich weiß nicht ja bist du jetzt nicht mehr in Toll von mir David du schießt zu schnell du schießt zu schnell David erklär mal warum war es jetzt Shining warum soll ich es gewesen sein doch ich nicht mehr in Ruhe mein Download machen auf YouTube Upload ich kann es aber erklären warum Shining ist aber bei Palteron hast du den Reaktor gefixt dass du zum Reaktor gelaufen bist und direkt wieder zurück zur Rakete das war mein Platz wir hatten jetzt gerade eh unsere letzte Runde mein muss auch gut laufen ja Leute das war es auch schon wieder mit Among Us ich hoffe ihr hattet Spaß beim Zusehen wenn ja lass ein Narbe und ein Like da und vergesst nicht die anderen Kanäle zu besuchen falls euch die interessieren und wir sehen uns dann jetzt beim nächsten Mal Tschüss